Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkurs. Leister, heute ohne hinpacken mit meiner lieben Tochter Sühler hier wieder mit am Start. Und heute ein sehr spannendes Thema. Und zwar ist es der traditionelle, nicht nur Schlag, sondern der traditionelle Rückzieher. Und zwar, warum wird es an die Hüfte gezogen? Kommt es wirklich aus Asien oder haben das vorher vielleicht schon ganz viele andere gemacht? Dieses Thema wollen wir heute mal ein bisschen aufgreifen. Und ihr werdet überrascht sein, was ihr gleich alles sehen werdet. Zuallererst, Zwinna weiß noch gar nicht, was hier auf sie zukommt. Das heißt, sie ist genauso wie ihr gerade, so ein bisschen stehend auf dem Schlauch. Ist das jetzt gut? Ist es nicht gut? Ist es alte Schule? Hat man das nur früher so gemacht? Lernt man das so in den Cutters, in den Formen und in den Ponzern und überall? Ist aber das Ganze überhaupt noch modern in der heutigen Kampfkunst, Kampfsportwelt? Was glaubst du, was würdest du sagen? Ich glaube, heutzutage nicht mehr. Ich glaube, früher in der Tradition ja. Aber auch so in der Verteidigung glaube ich nicht, dass es wirklich sinnvoll ist, weil alles hier frei ist. Genau, Deckung. Nichts ist frei, alles ist frei. Sehr schöner Ansatz. Ich wette, das glauben die meisten nämlich auch. Und die meisten denken bestimmt auch, ich glaube auch du, dass das so ein typisches asiatisches Ding ist. Die Faust zu zurückziehen. Aus Japan, aus China. Das ist ja nebentwem. Ja, genau. Das machen so diese Sachen. Aber ich sag euch jetzt mal, dass es zum Beispiel auch aus Griechenland ist. Dass das Ganze auch aus dem alten Boxen sogar kommt. Das heißt, komplett einmal um die Welt herum haben alle diese Faust hier gehabt. Die nächste Frage ist es natürlich, ist das Ganze in der heutigen Modern überhaupt noch zu finden oder nicht? Ich sage euch, oder ich sage dir besser gesagt, die Leute machen es immer noch. Ihr habt jetzt folgendes gesehen. Es geht hier nämlich gar nicht so sehr um die Deckungsarbeit, sondern es geht um den Schlag. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass das hier zurück zur Deckung gezogen wird, sondern es hat vielmehr den Aspekt, dass ich den hier von hier aus aushole. Weil meine Schulterspannung von hier aus mit der Brustmuskulatur weitaus stärker agieren kann, wenn ich schlage, als wenn ich das von hier aus tue. Sagt man, Deckung oben halten hier rein. Aber trotzdem, ob ihr es glaubt oder nicht, tun es die wenigsten. Das Ganze möchte ich jetzt hier einmal ganz gerne mit Zwiener ausprobieren. Und zwar, ich möchte, dass du einmal einen Schlag führst von oben der Deckung aus und wieder zurückkehrend zur Schläfe. Und los geht's. Ja, das war nicht so wirklich. Von oben, von der Deckung aus. Und genau. Und nochmal. Gut. Und nochmal. Ja, richtig rein gehen, nach vorne. Gut. Gut. Und jetzt möchte ich mal, dass du das von da aus ausführst. Von da aus zu schlagen. Ja. Und los geht's. Ja. Was hast du für ein Gefühl? Fühlt sich nach mehr Kraft an. Und genau das ist auch das Geheimnis des Ganzen. Denn wie eben schon gesagt, ja, die Spannung, die herausgeführt wird. Und man sieht das auch immer wieder. Es hat nichts damit zu tun, dass ich sage, eine Deckung, wenn sie jetzt schlagen sollte, ist hier natürlich perfekt. Ja. Es geht dabei nicht zu sagen, ich halte hier meine Deckung. Ja. Also hier oder hier. Und versuche denn hier irgendwie alles abzuwehren. Das ist natürlich nicht so gemein. Sondern vielmehr geht es weniger um die Deckung und vielmehr um den eigenen Schlag. Dass wenn ich den Schlag von hier setze, wenn ich hier bin, hier viel mehr Power reinkriege, als wenn ich den Schlag jetzt von hier aushau. Ja. Und die meisten tun es instinktiv auch. Weil das Instinktiv, das Kraftaufbauen von unten kommt. Ja. Man wird immer wieder natürlich in einer Schule dazu gedrillt, die Faust niemals runterzunehmen. Nicht für den eigenen Schlag. Das heißt nicht von unten nach oben rüber zu schwimmen für den Hook. Nicht zu sagen, ich bin hier, ziehe hier zurück. Sondern da, wo der Schlag herkam. Aber trotzdem ist nachher im Kampfgefecht in den meisten Fällen trotzdem, selbst bei den Profis, selbst bei Mike Tyson, Mohammed Ali, egal wen, selbst Conor McGregor. Alle Leute sind dann nachher trotzdem hier. Ja. Jetzt nicht perfekt so eingedreht, aber trotzdem ist die Faust hier. Und wird hier zum massigen Schlag ausgeholt. Und warum? Weil da der Schlag weitaus mehr Kraft hat, als von hier oben geführt. Das heißt, ob ich nun hier schlage, ja, oder ob ich nun hier schlage. Merkst du den Unterschied? Wenn er von hier unten kommt, ist ein ganz anderer Druck bis hier oder bis da. Es ist ein ganz anderer Druck. Probiert es mal aus. Ihr seid selber Kampfkünstler oder die meisten auf meinem Kanal. Testet es mal an euren Sandsack oder an euren Dummy oder wo auch immer an eurer Holzpuppe. Oder wie gesagt, am Partner mit dem Pratzen. Es ist unglaublich. Es ist ein Phänomen, was man selber vielleicht, wenn man das nicht recherchiert hat, gar nicht wusste. Geht nicht darum zu sagen, dass das hier falsch oder das hier falsch ist. Es geht einfach nur darum, mal zu zeigen, dass es trotzdem eigentlich nur so ausgeführt wird. Und wahrscheinlich im Laufe der Tradition die Ur-Ur-Ur-Ur-Großmeister das schon wussten. Und deswegen in der Form höchstwahrscheinlich den Schlag hier so vorbereitet haben. Das wollte ich hier einfach mal ganz gerne zeigen, weil ich das selber nämlich auch irgendwann mal gesehen habe und mega interessant fand. Und ich denke, einige von euch finden das genauso interessant. Swina, ich danke dir. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Kampfkund Lifestyle. Wir sind Menschen, die hassen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns ein Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten. Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen. Drauftreten immer auf Schwächere, die sich aufgeben.